3 Sachen 2 hier drin, ne? Oh, 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 oh So Da muss ich dann auch mal gucken Ja, dafür brauche ich es gut Was ich nicht mehr habe Was ich nicht mehr habe Auch dafür halt nicht Okay Okay Die kommt eh da rein Ich muss ja auch nochmal weiter hin nach drüben, ne? Was ist das da unten eigentlich gewesen mit dem Schleim? Hier ist mal Gras Na guck mal Tschüss Okay Ah ja Ich habe da jemand gehört Also ist er hier in der Nähe Ich habe es hier wechseln die Position Ah Ups Aha, melee damage So So Der ist da drüben Boin Da ist er Ah Er greift erst an, wenn man ihn angreift, ne? Ist das nicht so? Geht das nicht so? Geht das nicht so? Nein Ist nicht so Wenn man ihn zu nahe kommt Wenn man ihn zu nahe kommt Alles klar Was ist das denn? Was ich da gerade bekommen habe Was ich da gerade bekommen habe Ah Kommt eh nicht zu was, ne? Doch, kommt er Wo Wow Erwischt hat er mich auch Ah Das Problem ist auch dieser Schleim hier Der hier ringsrum verteilt ist Aber wir haben ihn ganz gut was abgezogen eben Jetzt werden wir das Schaufel ab brauchen, alles klar Hm 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 Autsch Jetzt hat er mich getrunken Autsch Mann Und jetzt ist er wieder geheilt Und jetzt ist er wieder geheilt Er geht also nicht weiter Uiuiui Uiui Ui 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 Autsch Aua Ich bin gleich tot Ich muss ja immer weg Nein Ich häng fest Und tot Scheiße Ah Mist Aber Gut zu wissen Gut zu wissen, was er halt da unten ist Ja Ehm Ähm Bin ich denn da gegangen? Ja, ne? Nöö Äh Äh Aber wir bauen immer heute auf das Ding. So. Ein Grabstall. Hm. Weh'n töten. Hm. Ouch. Jetzt übertreibt er, ne? Ja. Ouch. Ah, Mist. Dieser Schleim, der nervt. Oh. Meine Güte, ey. Okay. Aber wir haben schon ganz gut hängekriegt. Was ist das? ach so man kann es hinstehen aber eigentlich ist das gerade ganz gut also ich vergrößere mir den kreis würde ich mal so sagen ouch 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 die x4 macht ihr viel zu viel schleim einmal rumhüpfen kann es eigentlich sein dass er seinen eigenen vieh einen kleinen schleim tötet immer erledigt aber der ist immer auf der gleichen drauf der schleim verlangt damit ein extrem ist Hmm. Oh. 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 Ah. Oh. Ja, ich hab ihn. Oh Gott. Ich hab ihn. Wie oft bin ich gestorben? Dreimal. Okay. Erst mal alles mitnehmen. Und kurz bevor das Ding kaputt gegangen ist. Äh, Slimeöl. Ja, damit kann ich ihn dann holen. Dafür krieg ich so ne Marken. Das weiß ich auch schon. Uiuiuiui. Uiuiui. War das knapp. Aber den ersten hab ich schon mal. Ich muss hier ja eigentlich alles clearn. Aber dass der hier drüben ist. Ist auch... Was ganz anderes. Ich soll doch nicht mit der Packe zuschlagen. Hatte ich auch gelockt. War schon mies, aber dann haben wir es durchgeschafft. Ja, ja. Autsch. Dieser ganze Schleim auf dem Boden nervt. Nervt ganz schön. Müsste ich echt mal clearen hier. Was ist das hier eigentlich? Kann man aber nicht wegmachen, ne? Naja. Ah. Ups. So. Er wieder. Er läuft hier jetzt durch die Gegend. Und ich glaube, das hat auch der Schleim hier kaputt gemacht. Das ganze Holz. Sterb. Uiuiui. Oh, dass er halt echt wirklich hier drüben war. Hm? Okay. Ich bin... Das ist auch dumm halt pur gewesen, eben. Ah, ja. Zack. So. Mache ich den nämlich... Erledigt. Okay, weg damit. Also, man kann ihn jetzt halt wirklich spawnen bei uns. Würde ich auch noch machen. Aber dafür mache ich extra was. Wo er rein kann. Würde ich mal so sagen. Hier ist noch alles voll. Da war kein Bock mehr alles wegzuräumen. Ganz im PC hier, ey. Lalalalalalala. So. Gut, der ist weg. Können wir nämlich... Das ist das Ding. Aber rein da. 5 Mechanic Parts. 5 Mechanic Parts. 10 Mechanic Parts bauen wir. Habe ich davon welche? Also, ich habe davon welche. Das weiß ich. Wann ich wie viele? Ach, Stück. Ah, ich habe genau... Ich habe welche. Hier habe ich von den 6... Ich brauche nur 4 Stück. Und die sind Schatz. Ich glaube, davon hatte ich auch noch welche, ne? Ja. Davon habe ich auch noch welche. Sehr gut. Machen wir mal das. Machen wir mal das. Ach, Copper. Ach, Tin. Ach, Tin. Ach, Copper. Lass mal weg damit kurz. Damit auch. Davon noch was. Ja. Schädel. Und nix. Schleim brauche ich gerade. Deswegen brauche ich das nicht wegtun. Ich bin so blöd. Nächstes Mal sollte ich das eher drücken und dann rausnehmen. Ach, Tin. Das ist halt besser als das da. Das da rein, das. So, gut. die hier würde ich hier hinbacken dass das war dann kann das nämlich das hier dran kann ich das nämlich da rein tun dass die da rein die da rein soll es gerapschteine können auch erstmal da rein das tue ich da mit rein da rein zack zack ich nehme mal kurz alle raus so dann kann ich nämlich durch das was ich kochen kann da rein Hälfte vom Essen komm die Pizza kann ich auch da rein tun kann ich halt auch kochen so dann mach ich ja mal zack Opa 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 17 So, die hier noch. Die noch. Warte mal, ich hatte doch von jedem noch mehr, ne? Zumindest von denen hier. Zack. Die kann er mal mitnehmen. Ich hab's eben extra gemacht. Das. Das. Okay. Kann ich hier empflanzen? Ich kann doch da oben hin. Oder erst mal was essen. So. Oh. Wow. Das war so komisch gemacht. So. Okay. Zack. Machen wir das einmal. Die kann dann wieder weg. Da. Da. Mal so. Mal mal. So. Das sind neun. Okay, jetzt tue ich erstmal hier mit rein. Ich wollte das ganze erst noch nicht reintun, nein. Dann das, das, die Viren und das aktivieren. Okay, jetzt sehen wir nämlich die auch. Okay, was ist die denn? Da. Und der Worm rennt immer rum. Da ist die Brutmutter. Bei anderen habe ich gesehen, dass sie irgendwo hier ist. Der Worm rennt eh immer ganz weit rum. Das ist nichts Neues. Flap, flap, flap. Gott. Hm. Ja. Äh, äh. Dann haben wir den ersten Boss schon mal gelegt. Ah. Was ich aber machen kann. Und ein paar Fakken herstellen. Und fast kein Holz mehr haben. Ja. Äh, da war nichts. Kann man durchgraben. Gucken wir, ob ich hier ankomme. Zumindest da. Bis wir bei ihm sind. Zack. So, bis wir die Route haben. Kann man ja machen. Hm. Okay. Ja. Machen wir später. Erstmal will ich mich einmal durchbuddeln. Und vielleicht das noch mitnehmen. Oh, Holz. Holz brauchen wir auf jeden Fall. Ohne Holz geht nicht. Mh. Hm. Okay. Holz. Ja, das wollte ich später machen. Aber gut. Wenn man trotzdem reinkommt. Was sind das für Dinge? Wird man später sehen, wenn man die abbauen kann, ne? Dumm, 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 dumm. Komm, dann nehm ich die auch mal mit. Wenn ich die schon hab. Ja. Okay. Dann haben wir auch noch Holz. Sack. Oh. Außerdem angegriffen. Sterb. Das war keine Absicht. Warten wir aus Versehen. Passiert eh immer aus Versehen. Einfach so anzugreifen. Außer die Schleimer. Die machen es extra. So. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Wenn da schon was drin ist. Nehmen wir es auch mit. Okay. Hm. 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 Nehmen wir mal eine Brücke. Komm mal hier. Stein. Stein. Ja. Mir wäre lieber Eisen zu finden. Wir brauchen ein bisschen mehr Eisen, als wir vorher Kupfer gebraucht hatten, ne? Ja, ja, tin. Hm, hm. Hm. Das wird halt noch eine Menge. Okay. 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 Okay, reds feet. Das ist zum Beispiel Eisen. ein uhr Ach, guck mal. Wer lang rauscht. So, ein paar Fakken. Ein paar. Ah, hier ist es. Fein hier. Das würde ja eh zerstören hier. Flap, 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 flap. Hm. Ein Spitzhacke ist auch bei Kappen. Oh, eine bessere. Hallo. Autsch. Wow. Hatte mir gerade Damage reingehauen. Uiuiui. Die hat mir aber auch gerade was reingezimmert. Nicht von schlechten Eltern. Hallo. Hallo. Hier bin ich. Wo bist du langsam? Hey. Okay, den hab ich. Okay. Das ist dann nämlich auch noch ein. Okay. Das ist also noch eins zu runter. Okay. Wir haben jetzt, äh, drei Iron. Oh. Ein Spitzhacke ist auch fast kaputt. Hallo. Stepp doch mal. Uiuiui. Gegen den Wett spaßig. Stirb doch. Oh, tot. Hallo. Ist das feige? Ein bisschen, oder? Mann, du Sack. Komm doch hoch. Ich will dich töten. Komm. Hallo, hier bin ich. Hier bin ich. Hier bin ich. Oh. Hier bin ich. Hallo. Okay, geht doch. Oi, oi, oi. Die sind echt mies. Sehr mies. Oh, das ist ein hoher Gold. Was ist das für Eisen? Hallo. Wer mir hinterherkommt. Stepp doch mal. Wie, oi, oi. Ja. Ich geh mal zurück. Wollte eigentlich nur ein bisschen in die Richtung gehen. Laufen ist aber auch immer ganz schön weit. Dieser ganze Schleim auf dem Boden, ey. Komm mit. Ah, das ist ein Holz. Hallo. 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 Zack. Viel zu viele Fackeln. Egal. Okay. Jo, okay. Das leicht kann das sein. Das ist da rein. Das ist da. Das ist da. Gold können wir eh noch nicht. Habe ich mehrere von gehabt? Und noch nicht gesehen gerade. Kann das sein. Ähm, ja. Okay, wo jetzt. Okay. Ah, 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 ah. Wo haben wir die? Das ist Maden-Carrots. Lass mich raten. Das kann man nur auf Stein anbauen. Dann gucken wir mal. Hm, hm, hm. Zack. Ah, 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 ah. Aber die nehme ich auch mal an. Yep. No Steinboden. Okay. Gut zu wissen. Halt. Das sollte nicht da drin sein. Wie viel fehlen eigentlich bis zur nächsten Stufe noch? Oh, tut tut tut. Das ist ein bisschen was. Ah, ah. Drei, glaub ich. Nee. Sieben. Nee. Warte mal. Sind 13. Und zwei Stück hab ich schon. Fünfer immer noch. Dann. Zack. Können ja mal gucken, dass wir dann beim nächsten Mal, weil ich eh gleich beenden werde, Monsterfalle bauen, weil wir von da nämlich auch mehr Ressourcen kriegen. Also auch zum Anpflanzen. Hm. So. Okay. Kommieren. Die zwei kommen da hin. Ja. Okay, eigentlich geht das bei Gießen. Wenn man das richtig macht. so. So. Nämlich so. Darum komm ich nicht hin, das ist doof, aber egal. Egal, machen wir das so. Fuck. Fertig. Fertig, fertig. Carrots. Guck mir mal hier so ein Sack. Hier haben wir noch Essen. Da haben wir das. Kissen ist halt viel zu klein dafür. Das, das. Okay, das können so schrattet werden. Copper Tint Fiber. Die bessere. Können wir uns sogar noch bauen, ne? Äh. Das. Das. Warum hab ich die Gießkanne nicht ab bei mir? Wollte ich hier nicht wegtun. Hm. Fiber. Okay. Copper Tint Fiber. Copper Tint Fiber. Ah, 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 ah. Was hab ich hier noch gehabt? Nix nur. Ne. Copper Tint Fiber. Oh, warning. Zack. Und. Zack. War ruhig nicht. So. Dann haben wir das. Kann ich einmal das Ding rein. Das. 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 Zerschroten. Sieben Stück haben wir rausbekommen. Okay. Umso wertvoller, umso mehr kriegen wir es scheinbar raus. Das ist doch auch mal was. Hm. Zack. Erstens Kiste. Das tue ich dann mal da rein. Da hab ich genau das gleiche wieder gemacht. Äh. Fertig. Oh. Fertig. 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 Sechs. Fünf. Hm. Passt ja. Passt genau von der Menge. Ich glaub hier hinten hab ich die andere in geschmissen, ne? Ja. Hab ich. Mach ich mal. Obwohl. 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 Hm. Zack. Zack. Mach ich mal so. Mach ich mal so. Was legen Sachen mal wieder rein. Jetzt passiert mir auch immer wieder. Immer wieder. So. Das tue ich dann aber da rein. Ja. Dann hast du mit da aufgeräumt. Ja. Dann würde ich sagen. Werde ich hier erstmal die lange Aufnahme Session beenden. die über die drei Stunden 45 Minuten gingen. Insgesamt. Insgesamt halt über vier Stunden. Ja. Und damit würde ich sagen. Sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Core Keeper. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.